Guten Nachmittag, dann geht es jetzt weiter in diesem Saal mit einem Vortrag zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, wie das in der Schweiz aussieht und international. Und zwar haben wir zwei hochkarätige Speaker von uns, von der digitalen Gesellschaft. Das sind David und Andreas. Und sie sind auch Teil der Gruppe innerhalb von der digitalen Gesellschaft, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Viel Spaß mit David und Andreas. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Andreas, das ist David. Wir sind beide Mitglieder der Fachgruppe automatisierte Entscheidungssysteme. Der David ist außerdem noch der Sprecher dieser Gruppe. Vieles von dem, was wir heute präsentieren oder eigentlich alles, ist in dieser Gruppe erarbeitet worden. Und ein spezieller Dank geht noch an den Christian Sick. Ich weiß nicht, ob er heute da ist. Mit ihm haben wir viele Sachen noch diskutiert. Vor kurzem im SBB-Restaurant. Also viele von deinem Input sind hier auch drin. Gut. Regulierung künstlicher Intelligenz, Schweiz und international. Uns geht es darum, vorzustellen, dass eigentlich schon sehr viel passiert international. Und dass deswegen eigentlich auch, dass wir denken, dass deswegen in der Schweiz auch etwas passieren müsste. Dann schauen wir uns an, was international gemacht wird. Da gibt es viele Unterschiede, aber es gibt auch sehr viele Gemeinsamkeiten, sehr viele Trends, die man dann eigentlich auch einfach übernehmen könnte. Und im grösseren Teil schauen wir uns dann an, wie sieht denn unser Regulierungsvorschlag aus für automatisierte Entscheidungssysteme in der Schweiz. Ja, und dann tauchen wir doch gerade in die Thematik ein. Um was geht es eigentlich heute bei uns um, wie schon gesagt, automatisierte Entscheidungssysteme oder Automated Decision Making Systems auf Englisch. Heute ist ja alles auf Englisch. Oder kurz ADMS. Und diese Abkürzung ADMS müsst ihr euch merken, weil die kommt immer wieder vor in diesem Vortrag und auch sonst bei unserer Arbeitsgruppe. Aber grundsätzlich, diese Systeme, die brauchen Daten, um Entscheidungen zu fällen. Ja, zum Beispiel biometrische Daten oder Ausbildungsinformationen über Leute, Jobinformationen, Kaufhistorien, Saläre und so weiter. Und diese werden in so ein ADM-System, ein Automated Decision Making System hineingefügt und hinaus kommt eine Vorhersage, eine Klassifikation und eine Bewertung. Und ja, diese Automated Decision Making Systems, diese ersetzen oder unterstützen Menschen bei der Entscheidung. Und auch hier würden wir gerne ein bisschen verstärkt darauf hinweisen, dass eine Unterstützung auch schon starke Einflüsse hat. Also es geht nicht darum, dass alles komplett automatisiert ist. Und um das ein bisschen einzugrenzen, über was wir eigentlich sprechen, ziehen wir das Pferd von hinten auf und sagen, ja, wir betrachten Automated Decision Making Systeme, die die sensible Lebensbereiche von Menschen beeinflussen. Das heisst zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsergebnisse, Arbeitsleistung und so weiter. Und ein wichtiger Punkt hier ist, dass wir es damit von dem generellen Begriff der KI abgrenzen. Wir wollen nicht künstliche Intelligenz regulieren, weil wo sieht man die Grenze zwischen einem einfachen Algorithmus, der einfach Ja-Nein entscheidet, bis hin zu diesen hochkomplexen Systemen. Aber wo ist eigentlich das Problem, wenn wir von diesen Systemen sprechen? Hier haben wir ganz einfach dargestellt, der Entwicklungszyklus von einem solchen System. Also links haben wir die Daten, darauf werden diese Systeme trainiert. Da gibt es Entwickler in dieser blauen Box, die ziehen, die benutzen einen Trainingsalgorithmus, irgendein automatisiertes System, das dann irgendwelche Zahlen ausspuckt und diese Zahlen, das ist dann dieses ADMS, dieses Automated Decision Making System, das dann von Leuten hier in Orange und Gelb benutzt wird, die nicht unbedingt verstehen, wie es genau entwickelt wurde oder was innen drin passiert. Und der Output in dem Beispiel hier, das Alter und der Job wird benutzt, um ein Gehalt vorherzusagen, ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Aber die Probleme, die beginnen schon ganz am Anfang bei der Datenqualität. Wenn man nicht aufpasst und die Daten verunreinigt sind, vielleicht Kommafehler drin hat, dann ist natürlich, was hinten rauskommt, nicht so zuverlässig. Auch sind die Daten repräsentativ. Also wenn man da die Jobs von Top-Manager beurteilen will, aber vielleicht einfach Detail verkauft, Fachleute im Trainingsdatenset hat, dann funktioniert das nicht, oder? Also da muss man schon aufpassen, dass das, wo man die Daten hernimmt, auch für das am Schluss repräsentativ ist, was man beurteilen will. Dann gibt es auch das sogenannte Bias, den man immer hört von diesen Daten. Das sind Strukturverzerrungen, die ganz natürlich in Daten drin sind. Das ist ein Abbild von der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn wir Einstellungschancen beurteilen auf historischen Daten. Früher wurden Frauen so zwischen 25 und 35 eher nicht eingestellt, weil sie schwanger werden könnten oder das ist nicht gut für die Firma. Ja, das will man da nicht drin haben, aber die Daten sagen das trotzdem und da muss man hier explizit korrigieren. Das ist etwas, auf das man aufpassen muss. Genauso der Algorithmus selbst, den man benutzt, der hat vielleicht eine begrenzte Darstellungskraft, er ist vielleicht zu einfach, er kann die Komplexität nicht abbilden oder ist zu kompliziert. Was man machen will, verschwindet im Rauschen vom Algorithmus. Genauso die Entwickler, die treffen Annahmen. Ja, sie kommen aus einer verschiedenen Kultur. Zum Beispiel die Frage, soll das selbstfahrende Auto die alte Person oder das junge Kind überfahren, wenn er sich entscheiden muss. Diese Frage wird zum Beispiel in asiatischen Ländern ganz anders beantwortet als bei uns. Und trotzdem kennen diese Systeme, wenn sie mal entwickelt worden sind, sehr oft werden die international verbreitet und verkauft. Dann auch, welche Metrik setzt man ein, um Dinge zu beurteilen. Speziell bei der Fairness gibt es Widersprüche bei diesen Metriken, also wie man etwas misst. Ein Beispiel hier wäre, die Fairness, wenn man zum Beispiel in der technischen Branche gibt es nicht so viele Frauen, dann sagt man, okay, man will die Gleichheit zwischen Frauen und Männer, dann fördert man die Frauen, was aber dann implizit bedeutet, dass die individuelle, das individuell gesehen, dann Frauen bessere Chancen haben, eingestellt zu werden als Männer. Und da sind das eine Definition von Fairness, die sich direkt widersprechen. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele. Dann haben wir beim entwickelten System selbst, wenn es jetzt einmal fertig ist, dann in der Produktion, da ist die Frage, ja, welche Funktion hat denn dieses System? Gesichtserkennung als Beispiel. Ja, als System der Massenüberwachung von öffentlichen Plätzen, sehr schlecht. Digitale Gesellschaft ganz krass dagegen. Bei einer Kunstausstellung, ja, da ist es vielleicht ein lustiges Gimmick, oder? Da wird man wiedererkannt und vielleicht schreibt die Kunstausstellung dem Gesicht irgendwelche Eigenschaften zu und macht sich damit über die Gesellschaft lustig. Der Spiegel der Gesellschaft, dann hat es wieder einen positiven Kontext. Also die Funktion ist auch sehr wichtig. Aber trotzdem sind diese Systeme relativ dumm. Die hinterfragen sich selbst nicht. Die wissen, sie müssen eine Entscheidung treffen, dann treffen sie eine Entscheidung. Wir Menschen, wir können eine Entscheidung hinterfragen. Wir können auch sagen, wir wollen keine Entscheidung treffen. Diese Systeme können nicht sagen, wir können keine Entscheidung treffen. Da muss man auch aufpassen. Dann die Leute, die das Ding einsetzen. Ja, ich habe vorher gesagt, das sind vielleicht nicht die, die jetzt entwickelt haben. Ja, die verstehen nicht, wie komplex das Teil ist. Und da gibt es eine starke Tendenz zur Technologiegläubigkeit. Man denkt, diese Systeme, die sind objektiv und neutral. Sind sie nicht. Wie, also aus den ganzen Gründen, die ich vorher genannt habe. Und dann auch das Resultat hat natürlich viele Auswirkungen, oder? Je nachdem, wie man es einsetzt, könnte es diskriminierend sein, es könnte unfair sein und so weiter. Also es gibt ganz viele Ecken. Und wenn ihr einen Punkt mitnehmt vom Talk heute, dann ist es dieser hier. ADM-Systeme reproduzieren gesellschaftliche Normen. Aus all diesen Gründen, die ich hier gelistet habe, und noch viel mehr. Und nicht nur das, es gibt auch Feedback-Loops. Also je mehr diese Systeme in unseren Alltag integriert werden, desto mehr wird das Ergebnis davon wieder einfließt. Vielleicht nicht in dasselbe System, vielleicht in das nächste, vielleicht in ein anderes. Aber damit werden gesellschaftliche Normen auch zementiert. Nicht nur reproduziert. Und jetzt meine Frage an dich, Andreas. Wie ist es denn bezüglich Regulierung? Läuft da was in Europa? Ja, David, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und ich habe mal fünf Vorschläge rausgesucht. Über vier davon möchte ich noch genauer etwas sagen. Regulierungsvorschläge steht hier in Anführungszeichen, weil eigentlich sind nur zwei wirklich Regulierungsvorschläge im Sinne von, dass es Gesetze sind. Die anderen beiden sind mehr so Richtlinien. Und bei dem chinesischen Vorschlag da, da weiß ich zumindest nicht genau, was der wirklich für einen Status hat. Kann gut sein, dass das in China dann selber in der Praxis durchaus Gesetzescharakter hat. Die Sachen, die, die Vorschläge, die es gibt, das ist einerseits der Artificial Intelligence Act der EU, ein Vorschlag von der EU-Kommission selber. Dazu sage ich nachher etwas mehr. Dann gibt es ein Komitee vom Council of Europe, also dem Europäischen Rat, KAHI bzw. CAI. Die haben auch Konventionen über künstliche Intelligenz verabschiedet. Dann gibt es einen Gesetzesvorschlag aus den USA. Das ist der Algorithmic Accountability Act, wo eben Verantwortlichkeit geregelt wird und Haftung von Algorithmen. Dann gibt es aus China einen Vorschlag, der nennt sich ethische Normen für neue Generationen von künstlicher Intelligenz. Und dann, das ist jetzt kein staatliches Gremium, sondern das sind die ACM, also Association of Computing Machinery. Das ist praktisch der amerikanische Berufsverband der Informatiker. Und die haben Prinzipien für verantwortungsvolle, verantwortliche algorithmische Systeme verabschiedet. Und auch das ist sehr interessant. Das heißt, man sieht, es passiert auf der ganzen Welt, beschäftigt man sich damit, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um. Wie können wir KI oder Teile davon zumindest regulieren? Und wenn man jetzt, wie wir, vor einer Weile vor der Frage steht oder vor der Aufgabe, wie geht man so eine Regulierung an? Was schreibt man da hin? Was macht man da? Ja, was schreibt man dann da auf? Also das EU-Gesetz zum Beispiel, das hat über 100 Seiten ohne Anhänge. Was schreibt man denn dann da rein? Und wenn man sich die Vorschläge anguckt, dann sieht man, es gibt so sehr viele Gemeinsamkeiten. Es gibt so ein paar Unterschiede. Aber es sind eigentlich immer wieder die gleichen Punkte, die da angesprochen werden. Also generell wird anerkannt, es gibt einen Regulierungsbedarf. Also man muss, man kann automatisierte Entscheidungen, künstliche Intelligenz, kann man nicht einfach frei in der freien Wildbahn einfach machen lassen, sondern man muss da Leitplanken setzen und eben das Ganze regulieren. Warum? Weil, David hat es auch schon erwähnt, es gibt das Potenzial für Diskriminierung, für Ungerechtigkeit. Es gibt das Potenzial, Schaden anzurichten in diversen Bereichen. Es gibt das Potenzial, Grundrechte zu verletzen, zum Beispiel bei der Gesichtserkennung. Also von daher ergibt sich dann eben der Regulierungsbedarf. Und der wird allgemein anerkannt, sogar in China und USA. Dann ist eine wichtige Frage, was ist der Scope? Redet man über künstliche Intelligenz allgemein, dann gehört eben, David hat es angesprochen, auch autonomes Fahren dazu, autonome Systeme generell. Oder geht es um Algorithmen? Oder geht es um automatisierte Entscheidungen? Und was man da so sieht, ist auch da, wo man eigentlich über Algorithmen spricht, geht es dann doch sehr stark um automatisierte Entscheidungen. Also da, wo Entscheidungen getroffen werden, bekommt jemand Sozialhilfe, bekommt jemand Bewährung oder muss er im Knast bleiben? Welches Strafmaß wird verhängt? Wer war auf einer Demonstration? Solche Dinge. Das sind alles automatisierte Entscheidungen oder Entscheidungsunterstützung. Dann sieht man in der Regel vor, dass man Folgeabschätzungen vornimmt. Das heißt, wenn ich dieses System einsetze, so wie es geplant ist, was kann denn dann passieren? Was hat es für einen Impact auf die betroffenen Menschen oder auch auf die betroffene Gesellschaft? Und da gibt es im Prinzip zwei Extrempunkte. Der eine ist risikopassiert. Ich überlege mir, was kann denn passieren? Was hat es für ein Risiko? Risiko definiert als Eintretenswahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Schaden. Oder es ist schadensbasiert. Es ist eher so der amerikanische Ansatz. Man wartet mal, was passiert. Und wenn dann tatsächlich ein Schaden nachweisbar ist, dann schaut man, wie der kompensiert oder sanktioniert werden kann. Aber im Prinzip alle Regulierungsansätze, die haben diese Punkte in irgendeiner Ausprägung. Dann ist eine ganz große Gretchenfrage, die man jedem dieser Ansätze stellen kann. Was ist denn dein Geltungsbereich? Für was gilt das? Gilt es für Firmen? Gilt es für Einzelpersonen? Oder gilt es auch für Staaten? Und wenn es für Staaten gilt, dann ist die Frage, gilt es auch für Polizei? Gilt es auch für das Militär? Gilt es für die nationale Sicherheit? Und da ist erkennbar, also vor allem bei den Amerikanern und Chinesen, würde ich sagen, man konzentriert sich da auf die Firmen. Das heißt, der KI-Einsatz oder der ADMS-Einsatz, zum Beispiel Gesichtserkennung, durch den Staat ist nach wie vor erlaubt. Also Überwachung wird nicht eingeschränkt oder reguliert. Die EU nimmt da so einen Mittelweg. Im Prinzip sind staatliche Akteure schon im Scope dieser Regulierung, aber es gibt dann wieder Ausnahmen. Also Gesichtserkennung im Rahmen der Strafverfolgung wird einerseits verboten, aber dann gibt es wieder relativ breite Ausnahmen von diesem Verbot. Also das ist so ein Knackpunkt, der sich da ergibt. Dann, was alle Vorschläge haben, ist Transparenz. David hat es erwähnt, zum Beispiel, welche Trainingsdaten ich verwende, hat einen massiven Einfluss auf mein System am Ende. Von daher liegt es nahe, dass man das Transparent dokumentiert. Was waren meine Trainingsdaten? Was waren meine Testdaten? Wie habe ich das System validiert? Dass KI oder ADMS generell überhaupt verwendet werden, ist eine Forderung der Transparenz. Das heißt, dass ich dem Subjekt, über das ich Entscheidungen treffe, dass ich dem sage, du bist jetzt einem ADMS ausgeliefert. Ich weiß nicht, wer sich in letzter Zeit mal beworben hat. Manche Firmen verlangen dann, dass man einen Fragebogen ausfüllt, dass man ein Videointerview macht. Bereits da könnte zum Beispiel KI zum Einsatz kommen. Dann sollte einem das gesagt werden, wir analysieren dein Interview, deinen Fragebogen oder wir analysieren dein CV mit einer künstlichen Intelligenz. Jetzt bin ich da schon verrutscht. Gut. Und dann auch die Details, also welche Algorithmen werden verwendet, welche Modelle werden verwendet, was sind die Input-Variablen, die berücksichtigt werden. Zum Beispiel, es gab in Österreich ein Verfahren, mit dem man die Förderungswürdigkeit von Arbeitssuchenden beurteilt hat. Da kam am Ende so ein Score raus oder eine Klassifizierung. Wie kommt der zustande? Was sind da die Koeffizienten und die Variablen? Menschliche Aufsicht ist ein wiederkehrendes Thema. Also man verlangt in der Regel, dass immer noch ein Mensch die Aufsicht hat über das System. Das kann verschiedene Ausprägungen haben, dass Menschen zumindest verstehen und nachvollziehen können und eben die Arbeitsweise des Systems beaufsichtigen. Bis hin dazu, dass man fordert, dass besonders kritische Entscheidungen, also ob jemand Bewährung kommt oder im Gefängnis bleiben muss, dass die letztendlich wirklich durch einen Menschen getroffen werden und nie durch ein System. Aufsichtsbehörde, wer beaufsichtigt oder wer setzt diese Regulierung durch? Da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber irgendetwas braucht es. Das kann die Wettbewerbsbehörde sein, wie in den USA. Das kann ein Gremium sein von nationalen Aufsichtsbehörden, wie bei der EU, aber irgendjemand braucht es, der da guckt. Diese Regulierungen werden die eingehalten und auch jemand, der letztendlich dann bei Verstoß Strafen verhängt. Und schließlich ein Systemverzeichnis, das ist auch Teil vieler Regulierungen, dass festgehalten wird, welche ADMS-Systeme es gibt und also praktisch eine Datenbank mit den einzelnen Systemen. Gut, schauen wir uns die einzelnen Vorschläge kurz an. Es gibt den EU-AI-Act, der ist inzwischen fast zwei Jahre alt, ist vor zwei Jahren im April erschienen. Das ist so ein risikobassierter Ansatz. Hier sieht man so eine Risikopyramide. Also man geht davon aus, dass die, die wirklich toxischen Sachen, dass das sehr wenige sind, die würde man dann zum Beispiel verbieten. Das ist so der Fall in der EU. Also die ganz toxischen Anwendungen eben, die werden verboten. Der EU-Vorschlag richtet sich an Künstliche Intelligenz allgemein. Also es ist nicht eingeschränkt auf ADMS. Und hat im Prinzip drei beziehungsweise vier Risikoklassen. Das unakzeptable Risiko, die Anwendung würde man verbieten. Also zum Beispiel Real-Time, Remote-Gesichtserkennung durch die Strafverfolgungsbehörden ist verboten, bis auf gewisse Ausnahmen dann. Es gibt ein hohes Risiko. Da ist dann die restliche Gesichtserkennung zum Beispiel drin. Da gibt es dann sehr weitgehende Vorschriften, was man machen muss, wenn man ein System hat, dessen diese Kategorie fällt. Und dann gibt es niedriges oder kein Risiko, wo man praktisch keine Vorschriften mehr hat. Das sind dann so die einzelnen Vorschriften, die da gemacht werden in diesem Act. Da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Ich denke, die meisten Punkte habe ich auch schon erwähnt. Dann gibt es einen Vorschlag aus dem oder im US-Repräsentantenhaus. Wir haben ja so als Europäer immer die Sicht, in Amerika, da geht alles. Das ist der wilde Westen. Das stimmt nicht. Da gibt es einige Vorschläge in diesem Bereich und unter anderem eben den sogenannten Accountability Act. Der verlangt im Wesentlichen Folgeabschätzungen. Das heißt, man muss sich damit beschäftigen, was für einen Schaden kann man ein System anrichten und muss dann in diesem, das muss man dokumentieren, diese Folgeabschätzung, die muss man auch ständig aktuell halten, muss man einreichen bei der Federal Trade Commission, ist verpflichtet, die negativen Auswirkungen, die man kennt, zu minimieren und muss dann auch Konsumentinnenrechte dokumentieren. Das finde ich auch interessant. Also einerseits, dass man sagt, du hast jetzt mit einem ADMS zu tun. Zweitens, dass man dokumentiert, gibt es Opt-out-Möglichkeiten. Also kann ich sagen, okay, ich habe das verstanden, ihr wollt jetzt meinen Lebenslauf analysieren. Kann ich sagen, ich möchte das nicht. Und falls doch eben eine automatisierte Entscheidung getroffen wird, kann ich da Einspruch erheben, kann ich da Widerspruch einlegen. Also auch dieser Vorschlag, der hat sehr, sehr interessante Aspekte und eben auch, es gibt ein öffentlich zugängliches Verzeichnis der Zusammenfassung dieser Berichte. Das ist der chinesische Vorschlag, der ist so vom Stil her, also für mich zumindest, völlig anders. Der ist so sehr blumig geschrieben. Es geht sehr viel um das Wohlergehen aller Menschen. Es ist offensichtlich ein Vorschlag, der sich an die Firmen richtet. Also die staatliche Überwachung in China keinesfalls einschränkt, aber die Möglichkeiten, die Firmen noch haben, sehr stark einschränkt und reguliert. Also eben explizit sagt, Fairness und Gerechtigkeit muss gefördert werden, Diskriminierung ist nicht erlaubt, Privatsphäre muss gewahrt bleiben und so weiter. Dann unser letzter Vorschlag ist ein Positionspapier, im Prinzip eben der SEM. SEM hatte ich erklärt. Auch da gibt es sehr interessante Dinge. Zum Beispiel sagen sie, die Risiken, die man hat in so einem System, die müssen verhältnismäßig sein zum Problem. Und das finde ich, das ist, finde ich, einen ganz tollen Punkt, den Sie dann da auch noch ausführen. Wenn wir zum Beispiel an die letzten Tage denken, wir haben gelernt, die SBB will Gesichtserkennung einsetzen, um praktisch uns noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen an den Bahnhöfen. Da frage ich mich, das heißt, nein, ich frage mich eigentlich nicht. Ich denke, Gesichtserkennung ist da nicht angemessen. Das ist nicht verhältnismäßig. Es gibt eine Reihe von Anforderungen an Entwicklerinnen und an die Entwicklung. Wie entwickelt man so ein System? Muss zum Beispiel auf wissenschaftlicher Grundlage stattfinden? Das ist ein Streitpunkt zum Beispiel bei der biometrischen Kategorisierung, wo man eigentlich davon ausgeht, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Also wenn bei einem Bewerbungsgespräch das System sagt, der Bewerber lügt oder der ist unsicher, da gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Ja, und dann auch einige Transparenzanforderungen. Also insgesamt zwar ein kurzes Papier, aber sehr, sehr gehaltsreich. Ja, David, und was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen, all diesen Vorlagen sozusagen? Ja, wir erkennen unter anderem, dass in der Schweiz noch nicht wirklich etwas da ist. Die Schweiz ist wie sehr oft beobachtet zuerst, bevor sie agiert. Darum haben wir gefunden, von der digitalen Gesellschaft jetzt fordern wir mal. Und unsere Forderungen, ganz kurz zusammengefasst, gehen folgendermassen. Also, wir fragen uns, warum wollen wir regulieren? Wir wollen Vertrauen schaffen, zum einen von den Benutzern und von den Bürgern der Schweiz und den Einwohnern der Schweiz in diese Systeme, dass sie denen vertrauen können, auch Rechtssicherheit für die Unternehmen, die diese Systeme einsetzen. Damit ist unserer Meinung nach schon vielen geholfen. Was sehr viel diskutiert wird, auch in der Schweiz, ist, was will man eigentlich regulieren? Wir, ich habe das ganz am Anfang kurz angesprochen, wir sind für diese Definition von Automated Decision Making Systems, das von hinten aufgerollt, das Ziel hat, das Wohlergehen der Bürger zu schützen und nicht KI generell zu reglementieren, so wie das zum Beispiel der AI Act macht. Natürlich, genauso wie alle anderen Vorschläge vorher, müssen wir zuerst wissen, was läuft eigentlich, um irgendwas machen zu können, um irgendwas abschätzen zu können, darum fordern wir Transparenz. Und wir fordern genügend Transparenz, damit wir auch das Zusammenspiel von verschiedenen Systemen abschätzen können. Das ist ein zentraler Punkt. Wir wollen nicht zu viele Details über diese einzelnen Systeme, sondern wir wollen wissen, wie interagieren die miteinander, woher kommen die Informationen, die zu ihrer Erstellung geführt haben und woher kommen die Informationen, die sie verarbeiten, was verarbeiten sie. Ja, und schliesslich wollen wir Ungerechtigkeit vermeiden oder ausgleichen. Also vermeiden, wir wollen, dass sie gar nicht erst entsteht, darum fordern wir ordentliche Machine Learning, Entwicklungsprozesse, ich komme dann nachher noch mal drauf, was das im Detail bedeutet, damit durch die ordentliche Entwicklung schon mal die meisten Probleme abgefedert sind. Und dann für die Systeme selbst teilen wir sie in Risikoklassen ein, da komme ich dann ebenfalls nachher noch mal dazu, aber schlussendlich geht es dann, wenn diese Systeme im Einsatz sind, dass eine ganz klare Verantwortlichkeit und Haftung definiert ist, sodass die, dass bei Schadensfällen auch entsprechend Begeltungen durchgesetzt werden können und wir wollen auch Verbote und Moratorien verhängen für gewisse Technologien. Ein Beispiel hier wäre die biometrische Massenüberwachung von öffentlichen Plätzen, Gesichtserkennung zum Beispiel, oder? Wobei hier wichtig der Fokus ist auf das Einsatzgebiet, wie schon vorher. Es geht hier um Gesichtserkennung im öffentlichen Kontext und nicht bei einer Kunstausstellung. Oder wir wollen nicht Technologien verbieten, sondern mehr Einsatzkontexte. Ja, zusammengefasst, ja, unser Vorschlag, wir haben das auch aufgeschrieben, geht es um diesen Bereich hier und wir fordern darin ein Gesetz und zwar für Privat- und Privatwirtschaft. Einige der Vorschläge, die Andreas vorher vorgestellt hat, da geht es nur um die Privatwirtschaft, der Staat ist ausgenommen oder auch nur Teile des Staates. Wir fordern das vollumfänglich und auch für den Staat gewisse stärkere Massnahmen, mehr Offenlegungspflichten zum Beispiel, als für private Unternehmen. Wie schon gesagt, ganz wichtig ist uns die Erklärbarkeit dieser Systeme. Bei Erklärbarkeit geht es uns nicht primär darum, zu wissen, warum ein Algorithmus eine Entscheidung getroffen hat, dass wir es mit zunehmender Komplexität dieser Systeme ohnehin nicht mehr möglich sind. Nein, es geht uns darum, zu verstehen, wie diese Systeme eingesetzt werden, wo sie eingesetzt werden und wie sie verkettet sind. Also wie der Output des einen und der Input des anderen ist, wie innerhalb von zum Beispiel der Verwaltung einer kantonalen Behörde diese Systeme welche Aufgaben erfüllen und wie das am Schluss unter Umständen zu einer Verfügung, die ausgestellt wird, einen Einfluss hat. Ja, und unser Ansatz, jetzt sehr kurz runtergebrochen, ist eine Mischform zwischen Risiko und Schadensbasiert. Risiko passiert hier, es ist anders als beim AI-Act in der Europäischen Union, der Technologien schon nach Risiko einteilt. Wir sind nicht so, wir sagen, es gibt drei Kategorien, es gibt vernachlässigbar, das sind die Systeme, die ganz klar keinen Schaden anrichten und zum Beispiel hier die Überprüfung, ob eine Kreditkartennummer gültig ist. Also da macht man einfach eine Quersumme und die muss dann null sein, dann ist die Kreditkartennummer gültig. Dann können solche Systeme vernachlässigbar sein und dann gibt es Verboten, das ist eben biometrische Massenüberwachung, Gesichtserkennung, diese Dinge und dazwischen gibt es die Systeme, die potenziell gefährlich sind und diese wollen wir mit zusätzlichen Massnahmen belegen. Und bei diesen Systemen da fordern wir auch Möglichkeiten, dass im Schadensfall Retrospektiv eine Vergeltung entweder finanziell oder anderer Art ausgesprochen werden kann. Grundsätzlich ist unser Vorschlag mit dem EU-Eye Act kompatibel, das ist relativ wichtig aus wirtschaftlicher Sicht, weil wir natürlich nicht unabhängig von der Europäischen Union sind aus Schweiz. Wir sind keine Insel und schon gar nicht bei Technologien, die so einfach über Grenzen gehen wie Software. Aber trotzdem will ich hier nicht mehr in die Details gehen. Für Begründungen und Einschätzungshilfen zu diesen Punkten, die ich jetzt auch noch ein bisschen mehr ausführe, haben wir ein sehr ausführliches Positionspapier geschrieben, die digitale Gesellschaft, findet ihr auf der Webseite. Da gibt es ein Dossier zu automatisierten Entscheidungssystemen, da ist das verlinkt. Bei Interesse empfehle ich euch wirklich da mal reinzugucken. Jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich, wenn es jetzt einen Schadensfall gibt. Da fordern wir, wie auch andere Vorschläge, eine Aufsicht. Wir nennen die ADM-Aufsicht, aber das ist jetzt einfach ein Name. Die erfüllt verschiedene Funktionen. Wir haben ein staatliches Kompetenzzentrum zu meinten, um auch Hilfestellung zu bieten, aber auch, um Langzeitanalysen zu orchestrieren und Checklisten und Good-Practice-Anleitungen zu stellen. Aber genauso soll diese ADM-Aufsicht auch die Gesetzeskonformität kontrollieren und durchsetzen bei Verdachtsfällen. Wir stellen uns das so vor, dass es wie auch beim Verbraucherschutz eine Beschwerdestelle gibt und bei zu vielen Beschwerden geht man da mal nachgucken. Ja, und wir fordern weiter ein Verbandsklagerecht, speziell bei diesen Entscheidungssystemen, dass auch Verbände klagen können, ohne persönliche Betroffenheit. Das ist vor allem wichtig bei ganz grossen Konzernen, wie zum Beispiel diesen internationalen Computerfirmen. Ich nenne jetzt keine Namen, ihr könnt die euch vermutlich vorstellen, wie ich meine. und wir fordern auch eine Beweislastumkehr, da hier vor allem im privaten Sektor eine relativ starke Asymmetrie zwischen Kläger und Beklagten vorliegt. Also wenn ein Gericht auf die Klage eintritt, dann muss das Unternehmen aufzeigen, dass es diese Systeme ordentlich entwickelt hat, dass es die Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat und dass es keinen Schaden anrichtet. Aber wie gesagt, das ist nur, wenn ein Gericht auf die Klage eintritt, das ist nicht für alle Fälle, das ist nur für die schweren Fälle. Und damit das Ganze dann auch funktioniert, fordern wir auch Strafen, die entsprechend hoch sind, also umsatzabhängig und es sollen Verwaltungssanktionen sein, es sollen nicht möglich sein, in Firmen irgendwelche Sündenböcke zu definieren und die gehen dann ins Gefängnis, wie es in der Vergangenheit oft passiert ist, sondern es soll wirklich da, wo es den CEOs wehtut, nämlich beim Jahresgewinn soll es schmerzen. Und jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, komme ich kurz zu den Entwicklungsprozessen. Wir haben noch zehn Minuten, das reicht gut. Was meinen wir mit Entwicklungsprozessen von Machine Learning? Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber grundsätzlich, wenn man so ein System entwickelt, dann beginnt man, man überlegt sich, ja, für was will ich eigentlich dieses System entwickeln, in welchem Rahmen will ich das machen, damit entwickelt man einen Prototyp, dann guckt man, ja, okay, könnte funktionieren, dann beginnt man die ordentliche Entwicklung, dann gibt es auch eine Operationalisierung, vielleicht DevOps sagt vielleicht einigen von euch etwas, das gibt es jetzt auch schon bei Machine Learning und dann am Ende kommt der Betrieb von diesen Systemen, also der Alltagsbetrieb. Und wenn ihr jetzt ein bisschen eintaucht, hier, also bei der Vision, wenn man mal guckt, was will man machen, dann muss man gucken, ja, die Daten, die ich verwende, haben die die richtige Qualität, kommen die daher, sind die aus einer Quelle, wo dann auch vermutlich die Leute stammen, die beurteilt werden mit diesen Systemen. Man muss auch den Einsatzzweck von vornherein festlegen und sich daran halten, man kann nicht ein System für Einsatzzweck A entwickeln und es dann für B einsetzen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht richtig funktioniert. Man muss auch die Anforderungen klar definieren, weil die werden dann in der Entwicklung, muss man denen folgen und gucken, dass man sich an die Rahmen hält, sonst ist man oft außerhalb des Einsatzzweckes und man muss sich auch überlegen, was ist das Schadenspotenzial. Und wenn man dann mal entwickelt, dann überlegt man sich, welche Metriken setze ich ein, was will ich eigentlich messen, beim Prototyp schon, weil die entsprechenden Messungen haben einen Einfluss darauf, was man eigentlich an Schadensfällen alles entdecken kann, bevor sie überhaupt passieren. und man muss natürlich auch Annahmen überprüfen und so weiter. Und dann bei der Entwicklung selbst, da gibt es, also Leute, die Software entwickeln von euch, kennen das vielleicht, da gibt es Programmierframeworks, fertige Bibliotheken, die man verwenden kann, die einem die Anfängerfehler schon mal ersparen. Und dann ist es auch wichtig, dass man nicht von vornherein so einen riesen Klotz schreibt, sondern nach und nach ordentlich, also man beginnt klein und wird immer grösser, dann findet man auch mehr Fehler. Ganz wichtig, jetzt bei Machine Learning, das ist jetzt bei Software nicht so, dass man Datenvisionierungs Systeme hat, also man kann den gesamten Entwicklungsprozess nachvollziehen, man weiß, welche Daten man zu welchem Entwicklungsschritt benutzt hat und welche Modelle man dann eingesetzt hat. Man hat auch Modellvisionierungs Systeme und diese kann man auch, man kann auch mit älteren Daten neue Modelle testen und mit neuen Daten ältere Modelle und gucken, ja, verhaltet sich das so, wie wir das erwarten. Und mit diesen Querchecks kann man sich am Ende deutlich sicherer sein, dass das, was rauskommt, auch stabil ist, als wenn man da Blindflug macht. Und sobald das in Betrieb übergeht, muss man sich Gedanken machen zu Datashifts, also die Datengrundlage, nach der man solche Modelle entwickelt hat, die könnte sich über die Zeit ändern, wenn so ein System 20 Jahre im Einsatz ist, dann ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten vermutlich anders als zu Beginn. Es ist auch wichtig, dass immer ein Human in the Loop oder on the Loop ist, also dass immer auch ein Mensch guckt, funktioniert das System korrekt. Es gibt jetzt schon zahlreiche Fälle, wo der Human in the Loop oder on the Loop nicht mehr da war. Judith hat in der Keynote ein Beispiel genannt mit Google, wo Google ein Algorithmus eingesetzt hat, um in dem Fall die Fotos des nackten Kindes herauszufiltern und Accounts zu sperren. Wenn da ein Mensch drauf geguckt hätte, wäre sofort klar gewesen, das ist kein Risiko, aber das war Google zu teuer vermutlich oder das rechtliche Risiko zu groß, die Accounts wieder freizuschalten. Und darum ist diese Person sechs Jahre lang, nach sechs Jahren immer noch nicht an seine Daten gekommen. Und natürlich die Erklärbarkeit, auf die muss auch geachtet werden. Und das Gute ist, wenn man diesem Framework folgt, das ich jetzt hier sehr oberflächlich abgebildet habe, all die Transparenzanforderungen, die regulatorisch gelten werden, vermutlich in naher Zukunft, die fallen automatisch aus so ein Framework raus. Die ganzen Informationen hat man schon gesammelt. Da kann man automatisch fast einen Bericht generieren, oder? Darum wollen wir uns auch dafür einsetzen, dass das hier geltende Praxis wird bei der Entwicklung. Und damit kommen wir jetzt zum Ende, um noch mal ganz kurz zu resümieren. Es gibt diverse Aktivitäten auf diversen politischen Ebenen. Kantonal gibt es viele Motionen, die eingereicht werden. National wird das viel diskutiert, aber eben es gibt noch keine konkreten Vorschläge. Und natürlich auch supranational, wie da Andreas sehr viel ausgeführt hat. Und wir verfolgen diese Diskussion super motiviert. Und hier möchte ich noch erwähnen, dass wir auch akkreditierte Observer sind bei den Verhandlungen im Europarat. Ich weiss jetzt nicht, welchen Titel hast du genannt für den Vorschlag des Europarats? Und den offiziellen, ja. Also diese Konvention, das war der zweite Eintrag auf meiner Liste. Gut, der zweite Eintrag auf meiner Liste. Und wir sehen auch, also vor allem in der EU, die Tendenz zu einem risikobasierten Ansatz. Wir finden das, also die EU macht es ex ante, wir finden das nicht so gut. Ja, wurde auch schon ausgeführt. Dann hier noch ein Punkt, der noch nicht erwähnt wurde. Es gibt auch eine Tendenz zur Zertifizierung, dass man quasi die Verantwortung aus Entwicklungs- und Betriebsunternehmen auslagert an andere Unternehmen. Und die hauen dann Stempel drauf, sagen, das ist gut. Gut, die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, das funktioniert nicht. Weil die Zertifizierungsbehörden wollen Geld machen und dann könnt ihr euch selbst vorstellen, was hier die Motivationsmetriken sind. Ja, und schlussendlich wollen wir diese ADEM-Aufsicht, aber trotzdem, die muss natürlich Ressourcen und Kompetenzen haben, nicht wie irgendwelche Datenschutzbehörden, die wir in der Schweiz haben, wo die Ressourcen systematisch abgeknabbert werden über die Zeit. Ja, wie gesagt, wir haben ein ausführliches Positionspapier. Das findet ihr auf unserer Website, falls ihr den Link nicht kennt, www.digitale-gesellschaft-ch. Und damit sind wir jetzt am Ende unseres Vortrages und wir freuen uns auf schwierige Fragen. Ja, vielen Dank, Andreas und David. Wenn ihr Fragen habt, reiht euch bitte da am Saalmikrofon ein, damit die Leute im Stream zu Hause oder in der Badewanne oder wo sie auch immer sind, irgendwie mitbekommen, was ihr fragt, wenn keine Fragen sind. Ihr habt gesagt, es gibt einen Regulierungsbedarf, der international anerkannt ist. Wie sieht denn das in der Schweiz aus? In der offiziellen Schweiz? Also ich sage, ich fange mal an, du kannst ja dann weitermachen. Also es gab vor einer Weile einen Bericht zur Situation der KI in der Schweiz. Der war vom Bundesrat, ich weiß nicht genau welches Departement und der war extrem langweilig zu lesen, für mich zumindest. Und es stand irgendwie drin, ja, ist eigentlich alles super, wir müssen nicht viel machen. Genau, das war ja diese Ämterkonsultation, die schon sehr spannend klingt. Dann haben wir, glaube ich, hier eine Frage. Bitte. Ja, danke. Moment, ich glaube, das Mikro geht nicht. Okay, gut, ja. Ihr hattet Erklärbarkeit in leicht unterschiedlichen Kontexten gezeigt. Einmal Erklärbarkeit, wie dieses System als Teil von einem größeren System funktioniert. Und hattet kurz gesagt, die individuelle Erklärbarkeit der Entscheidung wäre vielleicht nicht ganz so interessant. Wie seid ihr auf diese Unterscheidung gekommen? Wir haben nicht gesagt, dass sie nicht interessant ist. Weniger. Weniger. Das Problem ist, je komplexer die Systeme werden, desto weniger ist es für Menschen nachvollziehbar, warum sie zu gewissen Entscheidungen kommen. Also wenn wir speziell über neuronale Netzwerke sprechen, mit Milliarden an Parametern, also Milliarden an Zahlen, die eine Berechnung beeinflussen. Am Schluss diese Systeme, die nehmen Input, was eine Zahl ist, und die rechnen da Milliarden mal plus und minus, mal und durch. Und dann kommt hinten irgendwas raus. Das ist schwierig nachzuvollziehen. Bei einfacheren Modellen geht das noch. Aber meine persönliche Einschätzung, in 20 Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir das nicht mehr können. Und ja, darum pochen wir nicht so stark auf diesen Aspekt, sondern vielmehr auf die Möglichkeit, diese Systeme umgehen zu können, zum Beispiel. So, wir haben noch eine Minute. Danke. Ihr habt mehrmals das Thema Diskriminierung erwähnt. Meiner Wahrnehmung ist auch allgemein die Gesetzgebung in der Schweiz beim Diskriminierungsschutz. Ja, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, da gibt es ja noch ziemlich grosse Lücken. Wie seht ihr den Zusammenhang mit diesem ADMS-Gesetz und auch einer Verbesserung des Diskriminierungsschutzes in der Schweiz? Also, ich fange mal an und dann kannst du ja weiterhören. Also, was Diskriminierung anbelangt, denke ich, sollte es eigentlich kein spezielles ADMS, also meine Diskriminierung ist falsch, egal wie sie passiert, ob sie jetzt automatisiert ist oder rein menschlich nicht automatisiert. Ja, also der Diskriminierungsschutz in der Schweiz ist relativ einfach, der geht nur auf ganz spezifische Attribute, wie, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, Rasse ist eines, Geschlecht, Alter und die sind explizit gelistet. Und meine Meinung hier ist, dass diese Systeme durch ihre Komplexität und vor allem durch ihre Skalierbarkeit deutlich breitere Aspekte abdecken können bei der Diskriminierung und dass die Schweizer Variante von Diskriminierung, die sehr eng ist, hier nicht ausreicht. Ne, wir müssen leider hier Schluss machen. Nochmals vielen Dank, Andreas und David, ihr seid ja sicher noch hier auf dem Kongress. Und nochmals vielen Dank an euch. Und nochmals vielen Dank. Und nochmals vielen Dank.